Guten Tag, mein Name ist Isolde Reichert. Ich werde Ihnen dieses Gemälde von Hans Hartung vorstellen. Es hat den Titel T 1949-2. T steht für Tableau gleich Gemälde. Hans Hartung war ein deutscher Maler. Er wurde 1904 in Leipzig als Sohn eines Arztes geboren. Als Kind habe er die Blitze, die er so fürchtete, bezwungen, indem er sich bei nächtlichen Gewittern ans Fenster stellte und sie nachzeichnete. Abstrakte Bilder voller Energie sind daraus entstanden. Er malte schon als Jugendlicher mit großer Selbstverständlichkeit abstrakt, obwohl er die abstrakten Strömungen nicht gekannt habe. Interessant sieht er eine Ausstellung französischer zeitgenössischer Künstler und ist überwältigt. Er fährt nach Paris, lernt das Malen, kopiert die großen Meister und vertieft sich in das Studium des goldenen Schnittes. In Paris lernt er die norwegische Künstlerin Anna Eva Bergmann kennen. Sie heiraten in Dresden und leben in Paris. Es war die Zeit des Nationalsozialismus. Bei einem Besuch in Berlin wird Hans Hartung von der Gestapo beschattet, eingesperrt und brutal vernommen. Am nächsten Tag wird er wieder freigelassen. Der Druck in Paris auf Deutsche steigt. Anna Eva kann die Situation nicht mehr ertragen. Sie geht, reicht die Scheidung ein. Später heiratet sie wieder. Hans Hartung kommt im Atelier des spanischen Künstlers Julio Gonzales unter. Er heiratet dessen Tochter Roberta und kann sich sofort den Nazis in Sicherheit bringen. Er geht dann zur Fremdenlegion, um aktiv gegen die Nationalsozialisten zu kämpfen. Kurz vor Kriegsende verliert er bei einer Schlacht zwischen Franzosen und Deutschen ein Bein. Nach dem Krieg bekommt er von Frankreich als Kriegsversehrter der Fremdenlegion eine Pension um die französische Staatsbürgerschaft. Nun beginnt er wieder künstlerisch zu arbeiten. Ottomar Dominic lernt Hans Hartung 1948 in der Ausstellung Salon de Realité Nouvelle in Paris kennen. Er ist fasziniert von seinen Werken. Hans Hartung ist mehrmals in Ottomar Dominics Klinik, um sein Kriegstrauma zu therapieren. Er malt, bezahlt das Honorar mit seinen Bildern. Diese Bilder hängen hier bei uns. In der Nachkriegszeit wird er anerkannt. Er ist ein Maler, der das Deutsche und Französische vereint. 1952 trifft er zufällig Anna Eva wieder. Sie ziehen sofort zusammen, lassen sich scheiden und heiraten wieder. Roberta willigt ein. Sie sagt, wenn du mich für irgendeine Frau verlassen hättest, hätte ich nie eingewilligt. Aber da es deine erste Frau ist, kann ich mich nur fügen. Hans Hartung und Anna Eva bauen in Ortib in Südfrankreich ein Haus mit Atelier. Das Haus ist diesem hier sehr ähnlich. Ottomar Dominic hatte immer eine große Bewunderung für Hans Hartung, da er aktiv gegen die Nationalsozialisten gekämpft hatte. Er selbst bereute es sein Leben lang, dass er nicht in den aktiven Widerstand gegangen war. Hans Hartung kam nie hierher. Er starb im gleichen Jahr wie Ottomar Dominic, 1989. Nun werde ich Ihnen dieses Bild vorstellen. Es ist meine subjektive Interpretation. Aber wer die Biografie kennt, kann manches darin finden. Schwere schwarze Flächen dominieren. Stellen Sie die Angst und die Bedrohung vom Krieg dar? Der rote Keil ist wie eine Explosion, eine schmerzvolle Erinnerung, der Beinverlust. Die gelbe Fläche steht für Erinnerungen an die Zeit vor dem Nationalsozialismus. Oder ist das die Hoffnung auf bessere Zeiten? Schwarze Linien stellen sich zwischen Maler oder Betrachter und den Hintergrund des Bildes. Stellen Sie das Trauma, das Ihnen von der Welt trennt, dar? Linien auf gelb vermindern die Hoffnung. Er schwankt zwischen Hoffnung und Verzweiflung. 1949 war diese Art zu malen eine Neuigkeit in Paris. Es war die Spitze der Avogad. Vielen Dank. Besuchen Sie uns mal und schauen sich das Gemälde an. Wir freuen uns darauf. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020